Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, in Großbritannien, da ist das Königshaus am Wackeln, weil einige Familienmitglieder in Tana ausplaudern und das gar nicht so gut für die Königlichen und für die Royalen und Blaubütigen da auszugehen scheint. Aber das Volk will das alles nicht hören. Es ist überall auf der Welt. Der einfache Bürger braucht seine Helden und braucht jemand, dem er blind hinterherrennen kann. Ja, die Kryptowährungen, die sind in Verruf geraten, Milliardenverluste, Millionenanleger wurden um ihre Ersparnisse und um ihre Investitionen geprellt. Eine Kryptowährung nach der anderen geht den Bach runter. Irgendwie war das ja vielleicht auch vorauszusehen, zumindest bei denen, die skeptisch waren. Aber es ist natürlich alles anders, denn die Russen sind schuld und nicht etwa Spekulanten. Ähnlich mit den Schuldzuweisungen geht es auch gerade im aktuellen Bestechungsskandal in der EU. Anton Hofreiter beschuldigt den Staat Katar, sich einzumischen in die großartigen Demokratien des Westens, der EU. Und so beschuldigt er den Staat, Geld gegeben zu haben. Er kommt nicht auf die Idee, die Leute schuldig zu sprechen, die das Geld angenommen haben und die bestechlich sind und die eigentlich die großartigen Vertreter dieser großartigen Demokratien sein sollten. Man könnte vermuten, dass Herr Hofreiter gut kann mit dem einen oder anderen, der auch ein kleines Geldsäckchen genommen hat. Apropos Schuld und Verantwortung. Der Bundestag plant ja, oder die Politiker des Bundestags planen ja seit längerer Zeit, ein Graben zu bauen, ein Burggraben um das Parlamentsgebäude. Und viele Teile der Bevölkerung waren damit nicht einverstanden. Man war der Meinung, dass eine Demokratie das nicht braucht. Aber jetzt fordern führende Politiker aufgrund der Razzien, aufgrund der Terrorwarnungen der Reichsbürger nun noch bessere Sicherheitsvorkehrungen. Und da kommt sozusagen diese ganze Aktion gerade zurecht, um diesen Graben zu rechtfertigen. Sehr clever, sehr günstig, sehr cool. Das passt. Tja Leute, und ich kann mich nicht wehren. Irgendwie kommt mir in den Sinn, dass gerade so einiges mehr noch passt. Die Wissenschaftler haben jetzt in der Kernwurstfusion einen Durchbruch erzielt. Und möglicherweise besteht die Möglichkeit, dass der Weltbevölkerung Energie kostengünstig zuteil werden kann. Und dass sich auf dem Energiesektor in naher Zukunft so einiges grundlegend ändern wird. Und möglicherweise hängt ja alles miteinander zusammen. Der Energiekrieg, der gerade tobt, die Energieknappheit, die Kostensteigerungen, alles irgendwie damit zusammen. Aber das sind reine Vermutungen, keine Spekulationen. Auch wenn die Geschichte da so einiges hergibt. Leute, in diesem Sinne weiterhin wachsam bleiben, aufmerksam bleiben. Schaut über den Tellerrand, geht hinaus, sagt eure Meinung. Ansonsten ruhig und gelassen bleiben. Keine Panik, keine Angst machen lassen. Wir werden das irgendwie hinkriegen. Die Menschen sind im Grunde zu einem großen Teil doch nicht so dumm. Möglicherweise reichen wirklich 20 Prozent der Bevölkerung aus, um irgendwie etwas grundlegend zu verändern. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss und ciao. Tschüss und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020